Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warship Spieler und heute spielen wir ja das Stufe 3 Schiff Prahuang, denn mit der Longyang sind wir ja durch, ging ja ziemlich schnell und ja mal gucken was der hier so schönes kann. Hauptbatterie 7,9, Torpedowerfer 3,9, nein 7,3 und 2,5 Kilometer Flak und auf Wasser werden wir auf 5,8 Kilometer erkannt. Ja, die Longyang war ja eigentlich ein deutscher Zerstörer und den Chinesen wurde sie übergeben oder verkauft wahrscheinlich. B und C nehmen wir erstmal ein, okay dann gehe ich doch zu C und dies hier ist ein britischer Zerstörer. Ich weiß aber nicht wie das Gegenstück heißt, ob man den auch spielen konnte bei den Briten, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, 1917 wurde er gebaut hier, jetzt nicht die Prahuang, sondern der Zerstörer an sich und 1920 wurde er Thailand übergeben oder verkauft. Ja, und die Informationen sind alle einlesbar, nicht bei Wikipedia, sondern im Spiel selbst. Gibt es immer kleine Informationen, finde ich ganz nett. Ich lese die mir auch immer durch, aber leider vergesse ich immer alles. So, mi 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 mi, aha, verstanden. Auch flott ist er ja mit seinen 36 Knoten. Und die Wakatake ist auch vor uns. Das heißt, wir sind nicht alleine, wenn sich alle auf B und C geeinigt haben. Warum fährt da jemand zu A? Fast alleine, der Zerstörer. Aber na gut. Ein bisschen Ausschuss ist er immer. Aber wenn wer bei A und B ist, haben wir vielleicht Glück, dass kein Zerstörer... Na gut, da kommt schon ein Schlachtschiff auf der rechten Seite bei der Map über C. Und ich glaube nicht, dass der ohne Unterstützung hierher fährt. Das heißt, ab schnell nach C Nebelwand legen. Haben wir noch drei Stück davon. Und überleben. Wir haben das aufgeklärt. Ein zweites Schlachtschiff. Auf zwölf Kilometer die Wyoming und die Miyogi. So, dann schnell rein hier. Damit das hier auch flotter geht. Ja, more ships. Ah, please. Ist ein bisschen schwer jetzt, Junge. Jetzt habe ich mal den Chat gelesen. So, jetzt haben wir den Punkt ja eingenommen. Jetzt können wir ja eigentlich... ...schön hier an den Rand mal vorbeifahren. Oder wagen wir es, hier zwischendurch zu fahren. Aber ich weiß nicht. Die Wyoming wird eher da sein, ne? Das finde ich schon skiers. 5,8 Kilometer, habe ich gesagt. Da werden wir erkannt. Unsere Torpedos waren 7,3 Kilometer. Das heißt, sobald die Wyoming... Wie fährt der? Ich will die Wyoming nochmal sichten... ...und dann gibt es ein paar Torpedos. Made in Thailand. Ach, ich will nicht vorfahren. Oh, deck doch mal auf. Schüttel, Schüttel, Schüttel. Ah, unten ist ein Zerstörer an uns komplett vorbeigefahren. So, ich will doch nur kurz die Wyoming haben. Ich könnte blind schießen. Tue ich aber nicht. Ich will die Wyoming. Wo ist... Das ist die Miyogi. Wo ist die Wyoming hin? Hä? Der ist da lang gefahren. Dieser kleine... Warum nebelst du hinter mir noch? Das ist ein Nebel von mir. Wir müssen gleich unseren Schlachtschifter helfen. Die Miyogi. Ich will aber noch... ...Tairopedos auf die Wyoming schießen. Der sieht mich jetzt auch. Komm, 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 komm. Wird zwar nicht ideal. So. Miyogi lebt noch. Was hat man da? ISO-KC. Ach, mein Lieblingszerstörer. Irgendwann kaufe ich mir wieder. Einfach nur, weil ich tolle Runden mit dem Schiff hatte. Aber vielleicht haben wir jetzt auch tolle Runden mit der... Ra-Huang. Ich nenne die einfach so. Die heißt einfach so. So. Was kommst du denn hierher? Hau ab. Yes. Juhu. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Es tut mir leid, dass ich die ISO-KC versenkt habe. Ich mag das schön. Ich hab ein Herz für die ISO-KC. Danke für den Nebel. Na, er dreht ab. Aber auch nicht getroffen. Warte mal, ich warte mal kurz einen Moment. Moment. Ich schieße jetzt nicht, weil ich möchte nochmal hinter den Inseln. Vielleicht fährt die Miyuki jetzt genau an dieser einen Insel vorbei, die ich denke. Und dann könnte man vielleicht nochmal schön Topedos setzen. Ah, los. Nochmal Gas. Langsam, nicht so schnell. Oh, wir wollen gegen. Ich will nicht gegenfahren. Doch, wir fahren nicht gegen. Danke. Ich leg dir auch nochmal eine Nebelwand in die Richtung, damit du zurückfahren kannst, Kollege. Weil du ja so nett warst und eine für uns gelegt hast. Damit du halt nicht von dem geschossen wirst. Ich bin mal so nett. Ach, interessiert ihn nicht. Aber ich mach's einfach mal. Er hat ja eine Nebelwand für uns gelegt. So lege ich auch eine für ihn. Und es sieht ja sehr schlecht aus eigentlich. Fast alle von uns im Team sind tot. Was ist los? Macht ihr, Jungs. Ah, wir haben auch gerade gesehen, wenn man die Nebelwand legt, ist es ja von der Geschwindigkeit langsamer. Warum biegt die mir Jogi jetzt schon wieder ab? Kann die nicht einfach mal an der Insel nahe vorbeifahren und mir einen Gefallen tun? Aber das macht er und ich hab die Wyoming schon wieder verpeilt. Bremse, sei nicht so schnell. Jetzt müssen wir mal ein paar Sekündchen warten. 25, 24, 29, ah. Eindeutig zu lange. Oh, warte, die Wakatake ist doch da langgefahren. Ihr seht ja, dann hat doch unser Nebel doch geholfen. Ah, wir sind zu schnell. Ganz kleinen Augenblick noch. Ganz kleinen Augenblick noch. Wacht. Nein, 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 Wakatake, da, da wollen wir haben. Opiedos wollen wir haben. Drehen wollen wir. Nachladen. So, schießt er, fährt er? Er fährt. Okay, ist in Fahrt. Ich mach mal einen Halb. So. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt weiterjagen sollte. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Das ist nämlich das Problem. Das ist nämlich das Problem. Ey, wir schießen Torpedos in Fahrtrichtung. Das ist natürlich immer sehr unschön. Ja, komm. Das lassen wir. Ich muss jetzt A-Cappen. Das sind wir gleich weg. Ja, du bist auf verlorenen Posten. Es tut mir leid, aber... Unterstützung bekommst du nicht, weil die Frontlinie komplett auf der anderen Seite, also in der Map ist quasi, in der Mitte. Und du bist, ähm, ja... da unten. Er hätte ja schon mal ein bisschen weiter nach rechts fahren können. Hat's aber nicht getan. So, unsere Nassau fährt in den Kreis. Ich tue es ihm gleich. Oder versuche ich, die andere Nassau abzufangen. Die feindliche. Könnte klappen. Der könnte vielleicht direkt in unsere Torpedos fahren. Na, da können wir nicht machen, können wir nicht machen, können wir nicht machen. Da ist wieder eine Iso-K10. Hat er? Nee, hat er nicht zerstört. Ah, die Nassau ist so verführerisch. Ist eh zu weit weg, ja? Ich versuch's. Ich will's wissen, Nassau. Ich hab bisher nur... Kein Torpedo ver... Ach. Kein... Kein einzigen Treffer. Das ist... La Marche. Ach ja, Volltreffer. Dass mir doch wohl ist. Mach doch mal den Rotor nicht kaputt und gib Gas. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, ich kämpfe doch. Ich versuch doch irgendwas zu reißen. Es tut mir doch leid, wenn diese scheiß Torpedos nix treffen. Das wird jetzt aber was. Ja. Einfach... Ich sage ja meistens, ich soll nicht so viel fluchen. Aber... Ich hab geflucht und getroffen. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, ich weiß. Der kommt da eh gleich in Zerstörer. Noch nehmen wir einen. Noch nehmen wir einen. Ich schieße einfach mal was hin. Und mal dahin. Wir wurden entdeckt. Das ist natürlich doof. Na komm. Kanone. Zu spät. Dreh dich, dreh dich. Kanone. Jetzt hat er uns natürlich aufgedeckt. Die Wajongi freut sich gleich. Die wird bestimmt jetzt gleich ihre... ganzen Geschütze auf uns auffahren. So, ich weiß. Der wartet ab. Der wartet ab da im Hintergrund. Der wartet. Doch nicht. Viel Spaß damit, du drei Käse hoch, Iso-Katze. Ah Mist, wir waren getroffen. Der trifft in mich, Mensch. Ja, wir müssen jetzt nochmal in die Nebelwand reinfahren. Damit wir vielleicht einen Punkt einnehmen. Und das Ganze noch ein bisschen herauszögern können. 15 Sekunden noch. Ab rein da. Nebel, ihr seht mich nicht. Ich bin getarnt. Torpedos sind gleich nachgeladen. Basis, äh, erobert. Oh, 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 oh. Das sieht doch so nice aus. Was bist du überhaupt? Du bist ein Kaiser. Und das sind Torpedos. Und ich bin weg. Na, ja, 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 ja. So ist gut. So ist gut. Sekundärbatterie feuert auf uns. Wir fahren weg. Und, und, und. Oh, nur einer. Mann. Das gibt's doch nicht. Jetzt nimmt die wieder meinen Punkt ein. Es wär so schön gewesen, wenn wir den versenkt hätten. Oh, ja. Wieder Sekundärbatterie. Oh, oh, jetzt ist es doof. Jetzt ist, jetzt hat der Heinrich Mist gefahren. Aber er ist auch an uns vorbei. Er ist an uns vorbei. Definitiv. Oh, Mann. Ja. Und gleich kommt die Nachricht. Wir sind der letzte Mann oder unsere letzte Hoffnung. Wie das ist das? Ich find, wir haben uns ganz okay geschlagen. Fast 26.000 Punkte und nur. 8.000 Höhepunkte haben wir. Niederlage. Ah. Scheiße. Ich wollt jetzt nochmal zurückfahren. Und den schön von hinten nochmal ein paar Torpedos reinjagen. Damit wir den versenken. Aber. Tja. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Also, wenn ich da ganz oben stehe, dann ist was falsch gelaufen im Team. Dann ist was falsch gelaufen. Ich werde die Folge trotzdem veröffentlichen. Einfach nur deswegen, dass ihr auch seht, dass ich auch verliere. Weil ich mach's ja meistens so, dass ich ja gerne nur die Siege, die glorreichen Siege zeige. Aber meistens sind's die Niederlagen, die ich habe. Ich hab ganz viele. Aber na gut. Das macht die Siege umso köstlicher. Tja. Echt. Wenn ich immer der Beste bin, dann hat das... Dann verliert das Team. Ist immer dasselbe. Wenn wir mal gewinnen, dann bin ich immer so ein Mittelfeld. Wenn überhaupt. Na gut. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wollte euch mal das schöne Schiff zeigen. Die, äh... Jetzt hab ich den Namen vergessen. Pra Ruang. Und ja. Ist das nicht hübsch? Und mal gucken. Vielleicht verreichert nächstes Mal ja schon das nächste Stufe 4 Schiff von Panasien. Oder ich zeig euch mal wieder was anderes. Ähm. Noch eine kleine Info, ähm... Es gibt nämlich ein Problemchen. Ich zeig hier gern die Szenarien. Und das aktuelle Szenario vom 18.8. bis zum 23.8. ist die Hermes. Und, ähm... Das ist eine... Ja. Man braucht dann Stufe 7 Schiff. Und halt, ähm... Das sind nur die Alliierten zugelassen. Somit guck ich wieder mit meiner Gneisenau in die Röhre. Denn das, äh... Ich hab kein besseres Schiff. Also von den Alliierten bin ich maximal immer bei 5. Es tut mir leid. Ich hätt's... Ich hätt's gern mal gespielt, aber... Beim nächsten Mal. Sie wiederholen ja alles. Irgendwann spiel ich das und zeig euch das. Also. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.